Guten Abend und herzlich willkommen zu Spandau24. Mein Name ist Apo Dent. Nachdem sich diese Woche YouTube und GEMA nach jahrelangem Streit geeinigt haben, kam es nun zu einem Komplott. Experten zufolge war das Ganze eine Zitat-Fickung seitens der GEMA. Was zunächst nach Versöhnung und Friede, Freude, Eierkuchen aussah, erwies sich nun als List. Während die Anwälte von YouTube schon im Artemis ordentlich den Loris reinhämmerten, kauften nun Investoren aus dem Management der GEMA durch die erlangten Abgaben von YouTube den kompletten Laden. Infolgedessen entschied man sich dazu, aus den Servern von YouTube U-Boote zu bauen, um weit unter dem Meeresspiegel nach dem Anstand YouTube Deutschlands zu suchen. Dementsprechend sind die Idioten eh am Arsch, denn wenn ihr mal nachdenkt, dadurch ist ja die ganze Plattform weg. YouTuber sitzen nun auf der Straße, da niemand von den kleinen Scheißern in ihrem Erfolgswahn auch nur mal ein kleines bisschen an Bildung oder Zukunft gedacht haben. Andere jedoch versuchen sich in einem neuen Gewerbe und erforschen dort ihre Möglichkeiten. So zum Beispiel Teile von Summoners Inn, denn die haben sich nun in der Landwirtschaft wiedergefunden. Wir haben sie einen Tag lang begleitet. So heute mal wieder ein bisschen hier auf Land arbeiten. Also das weiße Feld, das ist richtig, richtig satt, was ist? Ich hab Harald bestiegen. Alter, du bist eine Frau! Hör auf! Ja! Ich hab Geschlechtsumwandlung gehabt letzte Woche. Hab ich doch gesagt, deswegen hab ich doch krank gemacht. Alter, ich kann halt die Map dauerhaft einfach auf riesig machen, weil ich das echt einfach nur auf einem Bildschirm seh. Harry! Aua! Das ist nicht so fach! Okay, darf ich mit rein? Oh nein, ich bin genau davor! Kannst du? Ich will auch in Harry rein. Warte mal, warte mal. Oh, pass auf! Oh, pass auf! Oh, ich bin wieder hier rum! Ludwig, das reicht mir! Ich hau dich weg! Kann einer von euch hier mal so'n Ding herholen? Ja, warte, warte. So'n Anhänger und dann schüttet ihm quasi mein Ding. Ja! Okay, ich hab das passende, ich hab das passende. Denn, Alter. Was ist das? Jeder muss hier was machen. Ja. Also Harry und ich bestreuen das Feld. Könnt ihr nebeneinander fahren und ihr sprüht beide in meinen Laster rein? Das war ja die Frage. Lass mal beide unser Rohr ausfahren. Ja, aber ihr könnt das nur auf eine Seite, glaub ich. Ja, warte, warte. So, ich bin neben dir. Ganz ruhig. Warte, warte, warte. Ich kann ja rückwärts fahren. Dann funktioniert das ja nicht. Ja, stimmt! Harry, fahr mal in die Mitte des Feldes. Ja, wir müssen die Effektivität hier erhöhen. Alles klar. Das geht gar nicht, weil ich muss parallel zu euch fahren. Und wenn der eine in die eine Richtung und der andere in die andere fährt, dann geht das nicht. Siehst du mein Rohr? Ja, aber euer scheiß Gerät ist halt viel breiter als das Rohr. Wie soll das gehen? Jetzt fähre ich doch nicht so an. Das Rohr geht einfach nicht in die scheiß Anhänger rein. Ja, warte, warte. Ich fahr. Ich hab'n Plan. Warte, ich hab das. Bleib stehen, Harry. Ja, warte, ich hab das. Harry, du, immer wenn du deine Tage hast hier, ne? Warte. So, so, so geht's. So geht's. So geht's. So geht's. Jetzt fahr, fahr, fahr. So werden wir niemals erfolgreich leben. Ja! Es funktioniert! Ja! Nein! Nein! Was ist denn mit euch? Warte, ich hab das. Nicht so schnell! Joerl, das ist schwierig. Ja, go, 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 go! Nein, nein! Jetzt kann ich dir hier mein Ding geben. Wo bist du? Hä? Ich geh mal gucken, ob ich hier was... Ich hab ja, ich hab ja ein bisschen was im Zwischenspeicher. Ich kann dir jetzt hier mein Rohr in den Dings schieben. So, pass auf. So, bleib genauso stehen, ich mach das schon. Ach, echt? Ja, ja, ich, ich mähe den quasi in Rekordzeit leer und dann kriegst du das hier einmal reingeschissen. Oh, lol! Alter, hier, hier fahrt halt einfach quer... Alter, du sollst keine Kornkreise machen! Hier passt es halt wirklich querfeld ein. Jungs! Ja? Was los? Äh, ich hab'n Plan. Hm. What denn? Keine Ahnung. Ah! Ich, ich seh' schon mal nach, die Scheiße. Pass auf, wir müssen gucken, wo der... Also, wir haben ja jede Menge Weizen. Ja, ich seh' direkt das Feld nach. Ah, ne, ich muss das... Du musst das erst umgraben. Ich muss das erst umgraben, ne? Auf der Suche nach der Grobelmaschine. Hey, den Kastanisch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, mein Name ist... Ich hab'n Namen, mein Name ist Ludek, und das ist... Checker! Ich hab' irgendwie den Eindruck, ihr nehmt das nicht ernst hier. Äh, was? Meinst du? Ey, der, der Trecker, den ich hab', ist übel OP. Der, der kommt easy'n Berg hoch. Nice. Ich... Oh, lol! Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Hey, dann haben wir ins Stadtgerät. Okay, okay, okay! Es ist... Warte, ich rette dich, ich rette dich! Es ist, äh... Bleib da, bleib da! Ich bin in einer schwierigen Situation. Ludwig, geh' mir doch mal hier! Mach' mich mal hoch! Was seid ihr, Jungs? Pisse, was passiert? In einer schwierigen... Was macht ihr denn da oben, Alter? Ich bin hier die ganze Zeit am Mähdrescher und wie so'n König. Alter, ich wollt' nur Tiere holen. Erst wollt' ich diesen Grubbler holen, den hab' ich nicht gefunden, da wollt' ich Tiere holen, weil mir langweilig war. Jetzt ist halt die Kacke hier umgekippt am Berg. Wir sitzen da hinten jetzt im Mähdrescher. Ludwig, lass' den Scheiß. Niklas, komm' mit dem Ding hier hoch! Nicht... Alter, du kommst... Nee, der kommt den Berg nicht hoch! Ich mach' den Weizen grade! Nein, nein, nein! Alter, was ist denn bei euch? Ich hab' Schnauze voll, ey. Nein! Doch! Abfahrt. Aber wir haben doch 0 Euro rechts oben, steht da, oder? Oder hat irgendeine... Nee, ich hab' 17.000, Simon. Ich bin der Admin... Ach, du kannst die Sachen kaufen! Ich hab' den Admin... Ne? Ich hab' es. Pass' mal auf, ich hab' richtig, richtig viel Asche gemacht. Ich hab' jetzt super viel Weizen hier. Nicht umkippen! Läu, was macht ihr unten, der Mähdrescher! Warum sind denn da oben fünf Trecker aufm Berg? Alter, das war ne Notsituation. Gab ein Problem. In der Landwirtschaft, da passiert sowas. Da musst du mal umdisponieren. Wie schnell kann dieser Wagen fliegen? Lid, Alter, was hier... Okay, let's try it. Ja, ich kann halt... Ne? Ich hab' hier die volle Bandbreite. Juhu! So, Jungs, ich hol' jetzt'n Grubbler. Rübenernte... Wollen wir mal Rüben? Äh... Grubber, Grubber, Grubber. Ich hab's. Jetzt bin ich ja fast hier wie ein Trucker, Alter! Soweit! Taschenmuschi hier! Was gibt'n so'n richtig geilen... So'n richtig geiles amerikanisches Lied, was jeder kennt? Ich hab' fast den Grubbler verhauen, Jungs, Alter! Ich hab' fast den Grubbler verhauen, Jungs, Alter! Jetzt wird gegrubbelt. Komm, hol' den Grubbler raus! Raus! Wir spielen den Landwirtschaftssimulator! Also, ich fahr' vor mit dem Grubbler. Dann kommt Niklas mit dem Seher. Ich bin am Stisse. So, denk' ich... Ari, das ist meiner! Ja, ich glaube, Luder... Nein, Mann! Das ist meiner! Ich bin der grüne Falken! Nein, einer muss... Ey, der Grubbler, der ist neu! So, Ludwig nimmt den Besamer! Ludwig hat seine Schaufel abgekoppelt, Alter! Alter, der ist komplett bronze... Hallo! Geh' aus'n Weg, Mann! Alter, ich stell' gleich Helfer ein! Alter, ich will das Feld besagen! Alter, die scheiß Schaufel sammelt ihr doch... Es reicht mir! Okay, es gibt ein kleines Problem... Ähm... Ja, was denn? Ich kann nicht so schnell fahren, wie ich gerne würde! Okay, ich seh' jetzt schon mal! Oh Mann, ey, jetzt... Ey, ich mach' alles alleine! Der Praktikant! Es gibt doch auch... Es gibt doch auch Maschinen, die grubbeln und säen gleichzeitig! Jux, ich brauch' hier Hilfe! Nö! Der Praktikant ist ja komplett... Ich komme, ich komme, Ludwig! Joachim, hilf mir! Du bist das Problem, Ludwig! Ey... So, ich schieb' ihn an! Mein Bruder hat gesagt, ich bin kein Problem! Was? Nein! Ich muss auf meiner Seite... Niklas! Ey, ich... Ich mach' hier mein Feld! Ich sag' dir, jetzt komm' da mal raus, mein Kleiner, ne? Komm her! Dann fahr' ich den jetzt weg! Hey! Nein! Komm! Aus! Aus und vorbei, okay! Joachim! Ich sag' dir nur einmal! Joachim! So, jetzt müssen wir irgendwie... Weil, wie lösen wir jetzt das Problem hier auf dem Acker? Boah, ich bin so schmutzig! Ich glaub' ich muss duschen hier! So! Ganz schön... Ich geh' das Ding hier mal sauber machen! Zack! Oh, Alter! Spinning Wheel Flip hier mit der Schaufel! Pass mal auf! Ich zeig' euch mal, wie man richtig Bauer macht! Weißt du, der Einzige, der hier zuverlässig arbeitet, bin ich und der Praktikant! Nein, Mann! Ich bin jetzt... Alter! Was macht der eigentlich die ganze Zeit, der Praktikant? Der steht da hinten nur rum! Ja, der hat mich angefahren und hat einen Schlaganfall davon bekommen! Machen sie mal weiter hier! Ich bezahl' sie! Bist du immer noch dabei, das Feld hier kaputt zu machen? Alter, bitte lass' den Anhänger da stehen! Lass' den Anhänger da stehen, wo ich den hingestellt habe! Alter, weißt du nicht, dass Ludwig jetzt hier Kacke baut, der... Hier, ich räum' auch mal die Kacke hier beiseite, damit der Praktikant ordentlich arbeiten kann! So! Ey, ich... Ich kann hier nicht vernünftig arbeiten, Mann! Okay, okay, ich komm' rüber! Ey, ich krieg' nen Kotzreiz! Ich komm' rüber! Ich will einfach nur die scheiß Samen hier in den Acker jagen! Was ist denn hier? Ja, weiß ich auch nicht! Der Ludwig macht keine produktive Arbeit! Alter, hier... Ey Ludwig! Baut nur Scheiße und sabotiert unseren Praktikanten! Oh Gott! Ich hab' Überschlag gemacht! So! Jetzt arbeiten hier zwei Praktikanten, die kümmern sich komplett ums Feld und ich hol' jetzt Tiere! Ich hab' die Schnauze voll! Ah, die Praktikanten machen das hier echt super, ne? Ja, die... Ich hab' hier alles organisiert! Joachim! Alter Ludwig, Mann! Ich fick' dich in den Arsch! Ey, wirklich! Ja, komm! Auf geht's! Ja, ich hol' gerade nen Tieranhänger! Vorher können wir nochmal den Harald aufmischen! Ja, da bin ich dabei! Oh, richtige... Oh, ja! Gank! Yes! Was ist denn mit euch?! Was ist denn?! Okay, und weiter! Okay, vorsichtig, ne? Nicht zu schnell! Hier kippt man schnell um aufm Berg! Ich glaub' du bist einfach ein miserabler Fahrer! Wer ich? Ja! Du bist gefeuert! Das geschieht dir nicht schade! Okay! Okay, du stehst noch! Schade! So! Wir sind jetzt hier in ner Tierfarm! Äh, auf jeden Fall ist da cool... Wir sind ja nix! Wir sind kein Tier! Warte mal! So! Wo sind die Tiere? Ich sag' euch nur eins! Tempomat! Dann kann man auch schön beim Mähdrescherfahren fighten! Hier sind halt echt keine Tiere! Wo kriegt man die denn her? Gibt's irgendwo auf einem Map ein Symbol, wo man sagt, ja, da kauf ich Tiere? Ach, hier! Tiere! Ich hab's! So! Äh... Ja! In diesen Anhänger transportierst du Tiere! Ja, geil! Ja, dann hol mal Tiere! Alter, vegan! Dachte ich, machen wir das! Nein, 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 nein! Wir machen das Demeter! Weißt du, wie viel die Veganer für ihr Scheiß-Essen ausgeben, Alter? Die zahlen um Summen! Demeter! Mann, wo kann ich hier Scheiß-Dreckstiere kaufen, ey? Alter, Max, haben wir grad Kohle gemacht? Äh... Ja, Alter, wir haben übel viel! Wie viel? 24.000! Eben hatten wir 11.000! Das hab ich... Das hab ich gemacht! Das hab... Das hab ich gemacht! Ich hab grad 10.000 Augen gemacht! Lass uns so'n richtig dicken Fullscreen kaufen! Na, na, ja, aber vorher Tiere! Einen dicken Swimming... Okay, jetzt war erzhaft. Können wir hier keine Tiere kaufen? Doch, ich glaube dahin. Jetzt haben wir auch genug Geld. Ich kaufe jetzt einfach dieses Drecksfeld, okay? Oh, Alter, du hast das Auto umgeschubst! Alter, man kann Basketball spielen! Was? Echt? Ey, Johnny, komm 1v1-Basketball! Ey, Leute, Leute! Ich bin auf Start! Komm einfach auf die Map da, wo ich bin! Nicht genug Geld rufen! Ich hab nen Korb geworfen! Junge, ich... Hast du nur wer gesehen? Alter, Tiere züchten! Ja, also, ein Transporter, haben wir! Wasser! Ja, haben wir bestimmt auch! Tiere bekommen! Fahrt zum Markt mit einem Viehtransporter. Dort könnt ihr mit R das Menü öffnen und seht nun die Preise für die einzelnen Tiere. Wo bist du eigentlich hin, Johnny? Ich brauch das Ding jetzt. Ja, also, da gibt's doch ein mittelschweres Problem. Wieso? Ich glaub, das kann ich nicht ganz beschreiben. Alter, ist das dein Scheißernst? Das ist jetzt schon wieder los bei euch, Leute. Alter, ich will einfach nur Tiere kaufen! Und der Spasti kriegt's nicht geschissen! Wenigstens nicht sabotierhaftig für mich zu sein, Alter! Komm, Alter, jetzt reicht's mir, ey! Ich wollte halt... Ah! Okay! Ruhig! Nein! Es ist nicht so einfach, wie es aussieht! Ahaha! Es ist nicht so einfach, wie es aussieht! Ich werde... Es ist 100 pro einfacher, wenn du den scheiß Anhänger abmachst! Ja, das ist halt echt schwer hier. Ich mein, ohne First Person ist das einfacher, aber mit First Person hat man viel mehr dieses... Junge! Ich will Tiere! Ja, gut, okay. Ähm... Ja, 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 ja! Okay! LOL! LOL! Das ist doch echt krass! Wir sehen uns später! Du langsame Schnecke! Du! Oh shit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ähm... Ich habe gerade einen kleinen Unfall gebaut, aber es ist nicht so, wo wir uns Sorgen machen sollten. Ich habe eventuell nur ungefähr 10.000 Euro Ernte in den Sand gesetzt, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Ich würde mir keine Sorgen machen an eurer Stelle. Kümmert euch um die Pferde! Alter, wie zur Hölle ist das passiert? Ich weiß es nicht! Guck dir das mal an! Lass uns ne Runde Basketball spielen! Was ist das denn?! Lass uns einfach ne Runde Basketball spielen! Ich wollte wie zur Hölle ist das passiert! Ja, Johnny, also da gab's halt ne Kurve, die habe ich vielleicht falsch genommen! Ich hab mal ne Kurve falsch genommen, Mann! So Jungs, ich bin jetzt beim Markt. Wenn Giga gelogen hat, rass dich aus! Kann ich denn einsteigen? Manövriere ihn einfach raus! Ich glaube, ich muss nach da hin wieder und da erdrücken. Also Max, eventuell könntest du uns helfen. Ich... Ich hab schon... Ich weiß wie es geht! Ihr seid eh auf dem Weg, dann guck ich kurz vorbei. Also ich hab jetzt hier ne Straßensperre gebaut, damit nichts Schlimmeres mehr passiert. Aber mehr kann nicht so. Kannst du ein Warnreieck aufstellen? Spiel doch nicht Basketball jetzt, Junge! Ich sag nicht. Gibt wichtigere Dinge als Basketball in dem Moment! Moin! Moin! Ähm... Wir haben hier ein kleineres Problem. Alter, wo ist denn der scheiß Traktor, Alter?! Wie geht das?! Alter, vor allem... Also... Ich hab... In den Sand gesetzt! Okay, ich hol dich da runter, ja? Klasse! Ich bin jetzt leicht... Ich hab mich leicht verfangen! Joachim! Ja, ja, das kriegen wir hin! Joachim, gib ihm! Gib ihm Joachim! Aaaaah! Oh! Und go! Ah! 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 Was mach ich jetzt?! Oh Junge! Warte, warte! Warte, warte! Jetzt, jetzt, jetzt hebe ich dich hoch, Junge! Ah! Oh! Ja! Bisschen nach links! Bisschen nach links! Bisschen nach links! Ah! Bisschen nach links! Joachim, Ludwig, jetzt fahr mir hinten rein! Ja, ich komme! Das kann ich! Ludwig, los! Ich darf jahrelang dafür trainieren! Alles für diesen Moment! Ich bin auf dem Weg, Jungs! Ich wusste ja, es wird dummer! Fahr mir hinten rein! Ja, Sekunde! Nein, jetzt rein, Mann! So, machen wir's! So, jetzt fahr mir hinten rein! Fahr mir hinten rein! Ich komme! Drei, zwei, eins! Jaaaa! Oh mein Gott! Was passiert hier?! Okay, ich bin auf Anlauf! Bleib wie du bist! Ich bin das Loch! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das aus der First Person hier oben rauskommt! Das mach ich grad durch! Ich komme doch mal! Mayday! Mayday! Roter Traktor! Standing by! Roter Traktor! Ich glaub, es hat sich verschlechtert! Ne, ne, ne! Jetzt, jetzt! Ich büller dir da komplett jetzt gegen! Uiho! Ah ja! Ja! Mhm! Ja! Ja! Ich kann's eventuell auch mal von der anderen Seite, glaub ich, probieren! Ha! Was machst du das?! Oh! Oh! Ja! 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 Einfach mir mal folgen! Da muss ich drauf stehen! So! Und jetzt er! LOL! Fünf Schweine, Junge! Ich seh sie! Ich seh sie! Guck mal! Magdor ist da! No way! LOL! Ja! Oh, Alter! Hat er nicht gesagt! Wo tun wir die hin? Oh! Oh Gott! 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 Komm zu mir ins Kopfpick! Sprint! 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 Es geht! Es geht! Es geht! Komm! Ei, ei, ei! Alter! Das sieht so dumm aus aus der Perle, ey! Aber jetzt kommt der Seitencrash! Nein! Tu's nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Ich seh ihn nicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Aua! So! Jetzt haben wir die Sau! Ich fahre schön auf den Anger und lass sie raus! Er lässt die Sau raus, Alter! Tu jetzt die Sau raus! Ich lass die Sau raus, Junge! Oh! 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 Oh!